Der deutsche Handballpokalsieger Rhein-Neckar Löwen trennt sich nach der laufenden Saison vom serbischen Nationalspieler Bogdan Radivrijevic. Geschäftsführerin Jennifer Kettemann bestätigte dies am Sonntag dem Mannheimer Morgen und teilte zudem mit, dass sich der 25 Jahre alte Rechtsaußen dem ungarischen Top-Club Pix Zaget anschließen wird. Bogdan ist ein guter Typ. Aber wir haben uns dazu entschieden, uns auf dieser Position anders aufzustellen. Das haben wir ihm frühzeitig mitgeteilt, sagte Kettemann. Radivrijevic nimmt mit den Serben derzeit an der WM teil und trifft am Donnerstag im letzten Vorrundenspiel der Gruppe A 18 Uhr auf Deutschland.